ja Nimm warte, das ist der erste Ton jetzt warte Jetzt warte Lass doch mal. Ich mach nix Dichter Anfangston. Das sind fünf Töne, aber egal. Warte. Die ersten zwei werden gleichzeitig gespielt, das ist scheiße. Für was kam eigentlich hier hoch? Weiß ich nicht. Okay, warte. Die ersten zwei werden gleichzeitig gespielt, wo es euch wissen, welche nacheinander kommen. Okay, pass auf. Oh lol. Was? Hä, wo bist du? Not in Currently, not in Wrath. The repo came today. An Angel visited this gray path and took the cube away. Don't believe it. Ah, 961992. Was? Keine Ahnung. 9961992. Ich blick's nicht. Doch, ich glaub, dass wir die irgendwie, dass wir die nicht so lang mit Abstand drücken dürfen. Nee, das ist falsch. Warte mal, spiel mal nochmal, spiel nochmal, ich hör das hier unten. Okay. Spiel. Okay, spiel nochmal. Nochmal. Okay, das ist der letzte Ton. Nochmal. Nochmal. Das hörst du doch auch, dass am Anfang zwei Töne sind, einen ganz hohen und einen ganz tiefen, oder? Ja, warte. Ja, aber erst kommt der tiefe und dann der hohe. Echt? Das heißt, so, 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 so. Nochmal, ich hab's. Echt jetzt? Ja, der tiefe Wald ist es. Sag ich doch. Lollisch Türe auf. Ja. Amokal. Ich hab gedacht, dass der hohe als erstes kommt. Nee, nee. Wie schon, das gehört? Tja. Instinkt oder. I'm a genius. Level 13, so. If you have a Triscadeka-phobia, don't turn around now. Hä? Hä? Achso. Wegen der Zahl 13. Achso. I have sauce. Ah, danke. Okay, was ist hier? Warte, hier ist Wolle. Du darfst die Wolle brennen. Ich zerstör die einfach mal so. Ah, 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 Arsch. Dass du diese stets merkst. Nein, ich hab schon davor gemerkt, aber. Okay, was, ich hab hier einen Schalter. Ja, ich auch. Und hier sind nochmal welche. Mort, ich hab mal einen umgelegt. Was passiert? Nix. Okay, jetzt hat sich was getautet. Ja, hier ist zu bei mir. Okay. Ja, und jetzt? Runder und die Wolle anzünden, was da ist. Was für Wolle? Die Wolle unterm Wasser. Was für Wolle? Hier. Wo denn? Komm runter, da. Okay. Oh, shit. Ich glaub, da muss nur einer runter, oder? Ne, zwei, das sind Druckplatten. Okay. Ah, ich weiß, warte, hier muss mein Feuerzeug drauf. Ups. Oh. Jetzt. Äh. Ah, jetzt kommt das Wasser wieder runter. Aber ich hab grad gedacht, wie komm ich hier hoch? Also mein Feuerzeug hat noch 18 Leben. Oh, war das chillig halt. Gut. So, du hast gesagt, das sind 14 Level. Ne, 16, glaube ich. Oh. So. 14. Ach du Scheiße. So, ah. Der nächste Test ist ein viel Spaß für mich. Die Pressureplatten werden dir einen Schock von 200.000 Volt geben. Every time you step on it, wenn there is a red color on the wall. Don't try to jump over or ninja these plates. You won't succeed. Barrel rolls need to work. Cry some more. Warte, ich hab... Warte, ich hab... Ich hab mir Brüche zugehört. Egal. Okay, warte. Null, warte, hä? Ja, du kannst nur laufen, wenn's grün ist. Sicher. Mann, Idiot. Ich war hier. Nein, du standst auf der Druckplatte, indem du darfst nur laufen, wenn's grün ist. Nein, stand ich nicht. Wir dürfen das erstmal wieder. Warte, Rot. Grün. Rot. Grün. Rot. Grün. Rot. Grün. Aber noch easy, oder? Wolle, weißt du das? Hallo, erst auf die Druckplatte, lass mal. Ach, so, ich glaub den Gang zurück, oder? Guck mal, was soll ich? Nein, das ist ein Gang zurück. Nein, das ist ein Gang zurück. Scheiße. Okay. Das war sehr auch einfach. Ja, weil ich finde, das so genau beschreibt, das ist voll einfach, oder? Ja, wenn du die Schilder halt richtig liest. Ja. Wenn du halt einen hast, zum Vorlesen. 15. 15. 15. 15. 16. 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 Das ist perfekt für Tests, aber du siehst nicht. Du bist zu wunderschön. Knopf, du Idiot. 3, 2, 1. Ich bin nicht durchdrückt, noch mal? Ja, gut. Oh Gott, bereit? Okay, 3, 2, 1, jetzt. Shit. Bleib da stehen. Ich bin nicht so dumm. Also ich bleibe da oben an einem Teil hängen. Also ich glaube, das ist nicht ohne, die sind ja vier Sprünge in den Eindruck. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Oh, meine. Ich sag, wann du drückst. Ach so, okay.